Hallo Leute hier ist euer Saks Wax und ich bin heute nicht allein mit der AMA3, ich bin dabei mit dem alten Knacker Mikey Elpi. Hallo und der alte Saks Saks ist auch dabei. Ja und so wie immer, wie immer. So aber ohne Scheiß. Letzte Folge habe ich dir gesagt, ich kann nicht farmen. Ich kann nicht farmen. Ich weiß nicht warum. Warum? Sag mir. Ohne uns beiden sind neun Leute auf dem Server. Und? Neun. Davon zwei Cops und ein Medic. Ja. Leute ihr müsst auf diesen Server joinen. Ihr müsst ihn ins Leben rufen. Ja, ich kann dir in deinen Arsch rufen. Das wäre besser. Ich habe gesagt, wenn ich bin erkältet die Voraufnahme, dann labere ich mehr Scheiße als ich bin gesund. Hä? Ja warum der Saks warm kann? Keine Ahnung. Ich bin bescheuert so wahrscheinlich. Das ist, nein. Das ist, nein. Das ist, nein. Ach warte mal, ich weiß was dem Sebi fehlt. Was? Niedergeschlagen jetzt wohl. Gut zu wissen. Ja. Super Idee. Ist das in den Ernst? Was machst du da? Wieiiiii. Wieeeeeeeeeeeeeeeeeee! Alter... hast du da kein Hobby oder was? Ich will... So, wie wir fahren... Ähh... ok und jetzt? Bist du im Fahrzeug? Ja Problem, ich kann dich nicht wieder rausholen da Willst du mich verarschen? Obwohl, drück mal V Äh, steig mal aus Ich bin ausgestiegen Echt? Ja Wo bist denn du? Ach, da steht er Hallo Sebi Hi Ich kann mich nicht bewegen Jetzt kannst du dich bewegen So, mal sehen, ob du jetzt wieder formen kannst Geht's? Äh, mit Windows, gell? Ja Nein! Du, du musst die Taste etwas länger gedrückt halten Halt die mal die ganze Zeit gedrückt Die Windows-Taste Halt sie die ganze Zeit gedrückt Link ist Windows, ne? Ja Halt sie die Taste mal gedrückt Ja, halt sie mal gedrückt Was war? Wie lange soll sich das halten noch? Freut sich nicht Vielleicht funktioniert sie dann irgendwann Ich habe lieber eine Konfiguration Einstellungen Äh, Karte So, nein, GPS Wird kein GPS Hm, also Interaktionsmenü ist Windows-Taste Windows-Taste Wie heißt das? Hä? Wie heißt das? Äh, zu farmen? Ja, das ist nicht Das ist leider nicht in den Einstellungen Bist du mich verarschen? Weil das sind Server Äh, ähm Äh, sag mal schnell Einstellungen Konfigurationen Hörvereinstellungen Das kannst du nicht Die Tastbelegung für Farmen Kannst du nicht ändern Aber ich will wissen Wie man farmt Ja, mit Windows-Taste Ja, na Windows-Taste Kann ich drucken Kann ich halten Er macht gar nichts Dann muss der Sebi wohl Eisen farmen Weil die Spitzhacke Die benutzt er mit Ö Oder drück mal Ö Ne Ne, passiert nix Na, dann gebe ich den Sebi mal Das Kokain Oder wie Ich hab dir mal Zehn Kokain gegeben Okay Jetzt ist dein Inventar voll Untertitelung ja ja sehr wie und öppisch zu ruhig ich probiere aus ja mit Windows-Taste was soll ich machen wenn das geht nicht so was hast du doch der Helikopter ist auch voll jetzt mach ich mein Inventar nochmal kurz voll und dann können wir los da hat der Sabi nix gemacht und kriegt trotzdem Kohle äh ich mach jetzt was schon ich probiere farmen wenn das geht dann nicht meine Schuld ja jetzt kannst du nicht mehr farmen weil dein Inventar voll ist Sabi weil ich dir 10 unverarbeitetes Kokain gegeben hab das kann mir zeigen das dein Inventar ist voll das ist aber voll mit 10 ist das voll so ein Schiss Trick so mein Inventar ist jetzt auch voll 10 und verarbeitest dann steig in den Helikopter verarbeiten ja ich fliege aber bei mir irgendwie bei meinem Aufnahmprogramm nehme ich es mit Facecam ok also es ist irgendwie geschafft vielleicht ist es vom letzten Update dann nehme ich mit Facecam automatisch ok kannst du die Facecam nicht ausschalten ich glaub schon kann es schon aber ich will nicht weil ich hab gesagt ab 100 Abonnenten mache ich mit my Facecam ich kann meine hässliche Fresse sehen vielleicht kann ich weil ich hab die Lizenten nicht doch deswegen hab ich dir ja 70.000 gegeben damit du dir die Lizenz kaufen kannst ja aber vielleicht musst du erstmal eine Lizenz kaufen ne das glaube ich nicht aber könnte auch sein aber das glaube ich nicht oh mein Gott mein Nass ist schon wieder voll Entschuldigung aber muss sein Debbie ja mute dich kann man das das weiß ich nicht musst du mal in den Einstellungen von Teenspeak gucken wo du deine Mute Tasten hast du hast ah sowas gibt es auch hab ich nicht gewusst mhm ich hab gedacht wird es zum Loll was ist denn da explodiert Loll Loll sagen wir das ist äh die Leiste da muss ich doch erstmal kurz gucken ach ach das hier ist die Kupferverarbeitung ok gut sei Dank ich mache keine Kupferverarbeitung heute im Nackt sowas würde auffallen aber im Tasten nicht so finde ich äh wir sind schon da oder was ne wir sind hier grad noch bei der Kupferverarbeitung ja wir sind hier grad noch bei der Kupferverarbeitung Waffe warum sollte der auf uns schießen naja wir hauen mal wieder ab hier wir verarbeiten Kokain ja oh leck ja da hatte ich grade Standbild ich äh kurz eine Sekunde eigentlich finde ich das gar nicht gut dass die Kokainverarbeitung so nah dran ist an der Kupferverarbeitung ich das finde ich überhaupt nicht gut weil wenn dann die Bullen mal zur Kupferverarbeitung kommt denn und mit den Helikon dann fliegen die hier rüber und sehen uns ja boah boah ich hoffe dass dieser Server irgendwann mal voll wird weil das ist voll langweilig oder was ne ne aber das hier ist mein könnte mein Stammserver werden ah ja guck mal da oben fliegt der Medic oben oder was naja weiß so aufsteigen aufsteigen gemacht und verarbeiten ich hab die Lenz die Lizenz bereits so wo haben wir dann hier einen Drogendealer da hinten je kann zu verarbeiten ja ja der Sabi kann verarbeiten mindestens das kann ich machen gell boah alter wenn du guck da bei einem Himmel denn hast du 40 FPS man ja wenn ich auf den Boden guck hab ich 17 naja gut jetzt 20 fertig 10 bearbeitet wie kann ich in den Cover reinschauen z ja mit T Mensch Sabi wie lange hast du keine Army gespielt ey mit T T drücken T T wie Toastbrot ich habe heute richtig lange geschlafen wie lange so lange wollte ich gar nicht schlafen ich bin um 0 ins bett gegangen und wir haben bis 12 vorm mittag geschlafen so lange wollte ich überhaupt nicht schlafen ich bin um drei schlange ich wollte um sechs aufstehen oder um acht neun ich bin um zwölf aufgestanden also und wir machen hier noch mal ganz kurz cut bis gleich tschüss